Hi und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach für Selbstliebe und erfülltes Alleinesein. Ich helfe dir, dich selbst anzunehmen und dein Sein zu genießen. Der Neuanfang-Podcast unterstützt dich mit Gesprächen, Ideen und Übungen in deiner Transformation hin zu einem Leben, das mehr und mehr deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist und das im Journaling-Monat Mai. Denn den ganzen Mai über stelle ich dir hier ja jede Woche unterschiedliche Journaling-Formate vor. Wenn du den Neuanfang-Podcast schon länger hörst, dann wird es für dich kein Geheimnis sein, dass ich eine große Anhängerin des Journalings bin. Es ist für mich immer noch das allerwichtigste Tool seit Anbeginn meiner persönlichen Entwicklungsreise und das Tool, was mich wirklich am gleichmäßigsten und regelmäßigsten über diese ganze Reise bis hierhin begleitet hat. Und in der letzten Woche, in der ersten Episode dieser Serie, ging es ja um das Journaling nach Struktur. Und meiner Ansicht nach die beste Journaling-Art für Einsteiger, aber auch für Menschen mit wenig Zeit. Heute geht es um das freie Schreiben für alle, die ein bisschen mehr Zeit investieren wollen und noch ein bisschen tiefer gehen wollen. Es geht um die verschiedenen Arten des freien Schreibens und wofür du diese Arten einsetzen kannst. Und dann kannst du, wie ich dich auch letzte Woche schon eingeladen habe, natürlich gerne dieses Journaling-Format für dich ausprobieren. Denn du kannst diesen ganzen Monat Mai im Neuanfang-Podcast auch gerne als eine Challenge für dich begreifen, in der du unterschiedliche Journaling-Formate ausprobierst, gerade dann, wenn du vielleicht schon länger mit dem Gedanken spielst, Journaling als eine regelmäßige Praxis in dein Leben zu integrieren. Bevor wir da jetzt rein starten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar für ganz viele kleine Wunder, die um mich herum passieren, denn ich habe mich endlich dieses Jahr dazu durchgerungen, mal eigenes Gemüse anzubauen. Ich habe mir Bio-Saatgut bestellt und jetzt wachsen hier langsam aber sicher winzig kleine Spinat, Rucola, Auberginen, Pflänzchen, Basilikum. Ich warte noch auf den Koriander und die Zucchini, aber es passiert schon ganz, ganz viel. Und das ist ein Traum von mir schon lange, das irgendwann in einem eigenen Garten zu machen, der idealerweise neben einem Haus am Meer liegt. Doch ich bin die ganzen letzten Jahre, auch seit ich jetzt im Moment wieder in Köln bin, immer wieder durch die Schrebergärten gelaufen. Das ist meine tägliche Spazierstrecke. Und denke mir immer, eines Tages, eines Tages. Und ich habe es dann nie gemacht in den letzten Jahren, weil ich immer dachte, okay, jetzt fahre ich dann irgendwann auch wieder ans Meer. Und dann kam jetzt aber eine Pandemie dazwischen. Und dann habe ich gesagt, fuck it, ich mache es jetzt einfach. Und ganz egal, wie dieses Jahr verläuft, man kann eh gerade nichts planen. Also kann ich auch Gemüse anbauen. Und ja, jetzt bin ich stolze Pflegerin und Hüterin von ganz vielen kleinen Pflänzchen, die hoffentlich dann irgendwann im Laufe des Sommers und des Herbstes auch einen reichen Ertrag bringen. Und es macht mich ehrlich gesagt noch viel glücklicher, als ich gedacht hatte, dass es mich glücklich machen würde. Kann ich also jedem nur ans Herz legen. Ja, und dafür bin ich gerade einfach unglaublich dankbar und ich staune auch echt wieder wie so ein kleines Kind, weil einfach aus diesem einen kleinen Samen eine Pflanze rauskommt und irgendwann an dieser kleinen Pflanze Auberginen wachsen, wenn alles gut geht. Fingers crossed. Ja, aber genug von meinen Gärtner-Abenteuern. Kommen wir zum Journaling. Wenn du die Episode letzte Woche schon gehört hast, dann weißt du, dass dieser Journaling-Monat Mai einerseits ein, ja, ein Service sozusagen an dich ist, weil ich einfach immer und immer wieder von Menschen höre, dass es ihnen so schwer fällt, mit dem Journaling anzufangen, weil sie nicht wissen, wie sie da rangehen sollen, was sie überhaupt schreiben wollen. Und dann auch Menschen, die vielleicht mal eine Art des Journalings ausprobiert haben, aber dann merken, das passt nicht so richtig für sie und in ihr Leben und für die Dinge, die sie gerne damit erreichen wollen und, ja, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, mehrere verschiedene Formate auszuprobieren. Das ist der eine Grund für diesen Journaling-Monat Mai im Neuenfang-Podcast und der andere Grund ist, dass Ende des Monats ein ganz neues Angebot von mir das Licht der Welt erblicken wird, und zwar die Journaling-Reisen. Und ich werde von Tag zu Tag aufgeregt, weil ich mich einfach so darauf freue, die dann Ende des Monats mit euch zu teilen und mit jedem Schritt, den ich weiter in die Richtung gehe, ja, habe ich mehr Schmetterlinge im Bauch und ich habe heute am Donnerstag, wo ich diesen Podcast gerade aufnehme, die erste Einladungs-E-Mail rausgeschickt an alle meine Newsletter-Abonnenten beim Beta-Test dabei zu sein, denn ich suche ein paar Menschen, die Lust haben, eine der drei Journaling-Reisen, die ich dann Ende des Monats veröffentlichen werde, vorab zu testen, kostenfrei natürlich, und im Gegenzug mir dazu Feedback zu geben. Und du hast auch noch die Möglichkeit, noch bis zum 14.05. dich für den Beta-Test mit anzumelden, einfach indem du dich für meinen Newsletter einträgst. Ich werde dann in der kommenden Woche nochmal eine Einladung rausschicken. Und vielleicht nochmal ganz kurz, das habe ich glaube ich gerade noch gar nicht gesagt, was die Journaling-Reisen überhaupt sind, für alle die, die die Episode letzte Woche noch nicht gehört haben. Die Journaling-Reisen sind ein Audio-Format, sozusagen so ein bisschen wie eine Podcast-Episode, in der ich dich anhand verschiedener Fragen zu einem bestimmten Thema quasi durch eine Reise durchleite. Eine Reise der Selbstreflexion zu einem bestimmten Thema, die dich darin unterstützt, die Antworten in deinem Inneren zu finden, von denen ich absolut überzeugt bin, dass sie da sind. Und dazu gibt es dann jeweils auch eine Meditation und, wie gesagt, die Reflexionsfragen, je nach Thema auch noch Übungen dazwischen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es ist unüberhörbar. Ich freue mich riesig darauf, das dann bald mit euch zu teilen. Und wenn du noch Lust hast, beim Beta-Test dabei zu sein, ich bin übrigens völlig aus dem Häuschen, wie viele Leute sich in den ersten paar Stunden schon für den Beta-Test angemeldet haben. Das heißt, es wird definitiv eine Auslosung geben. Aber alle, die dann nicht das Glück haben, beim Beta-Test dabei sein zu können, die bekommen auf jeden Fall einen Rabattcode und können sich dann, wenn die Journaling-Reisen offiziell erscheinen, mit dem Rabattcode eine dieser Reisen vergünstigt selber schenken. Und wenn du noch Lust hast, dich für den Beta-Test sozusagen zu bewerben, bei der Verlosung dabei zu sein, dann, wie gesagt, melde dich jetzt für meinen Newsletter an. Ich werde dir den entsprechenden Link auf jeden Fall in die Shownotes zu dieser Episode packen, aber ansonsten kannst du auch einfach sarah-heinen.de slash Newsletter eingeben, dann landest du auch da. So, kommen wir zur heutigen Episode und zum heutigen Journaling-Format, dem freien Schreiben. Und wie der Name schon sagt, den habe, also ich habe die Gruppe von Formaten, die ich dir heute vorstelle, selber so betitelt, ja, freies Schreiben. Aber im Gegensatz zum Schreiben mit Struktur, was wir letzte Woche hatten, sagt eben der Name heute schon, dass es heute sehr viel freier zugeht. Das heißt, es geht nicht darum, dir jeden Tag dieselben Fragen zu stellen oder mit denselben Impulsen zu arbeiten, sondern viel, viel freier zu arbeiten. Trotzdem vielleicht mit einer gewissen Struktur. Das wirst du im Laufe der Episode verstehen, was ich damit meine, aber definitiv nicht inhaltlich täglich gleich. Und diese Art des Journalings ist in meinen Augen perfekt dafür, wenn du emotionale oder mentale Erleichterung oder Klarheit suchst. Wenn du jemand bist, der sehr häufig im Gedankenkarussell festhängt und eine Möglichkeit sucht, daraus zu kommen. Auch für ein erhöhtes Bewusstsein über deine eigenen Gedanken, deine eigenen Gefühle, vielleicht auch ganz besonders deine eigenen kritischen Gedanken und Gefühle dir selbst gegenüber, ist das freie Schreiben eine gute Möglichkeit. Und außerdem kann es tatsächlich auch dabei helfen, wirklich Dinge aus dem Unterbewusstsein zutage zu bringen. Und schlussendlich auch noch, um deine Kreativität zu fördern. Das ist sozusagen der angenehme Nebeneffekt. Das kann aber natürlich auch eine der Intentionen sein, mit denen du dich mit dem freien Schreiben beschäftigst. Und es geht hier nicht um freies Schreiben im Sinne von ein Buchschreiben, sondern das freie Schreiben kannst du eben nutzen, um sozusagen deine Kreativitätskanäle wieder zu öffnen. Nennen wir es mal so. Und während ich ja letzte Woche gesagt habe, dass das Journaling nach Struktur ganz besonders für Einsteiger hilfreich ist und für Menschen, die wenig Zeit haben, ist das freie Schreiben grundsätzlich erstmal für jeden geeignet. Jede und jeden. Und es ist auch erstmal unabhängig davon, ob du Journaling wirklich täglich als Praxis nutzen möchtest oder ob du Journaling nur ab und zu nutzen möchtest. Und im Gegensatz zum Journaling nach Struktur geht es weniger darum, dein Verhalten zu ändern oder irgendwie deine innere Einstellung zu ändern. Das kann natürlich im Endeffekt auch eine Konsequenz davon sein, wenn du irgendwelche Erkenntnisse gewinnst, dass du dann sagst, okay, das möchte ich nicht mehr, also verhalte ich mich anders oder ändere meine Einstellung der Sache gegenüber. Doch der Hauptsinn in Anführungsstrichen im freien Schreiben liegt für mich darin, dich selbst zu erforschen, Erkenntnisse über dich zu gewinnen und gerne auch in deinem eigenen Inneren ein bisschen aufzuräumen. Ganz grundsätzlich, aber auch in akuten Momenten, wenn dich irgendwas ganz besonders aufwühlt oder berührt. Und die verschiedenen Arten des freien Schreibens, die ich dir heute vorstelle, die ähneln sich in vielen Dingen, aber es gibt eben auch Nuancen, in denen sie sich unterscheiden und die dann im Endeffekt auch über Sinn oder Unsinn entscheiden oder darüber, ob diese Art des Journalings dir weiterhilft oder eben nicht. Und die erste Art des freien Schreibens sind die Morgenseiten. Und vielleicht hast du von denen schon mal gehört, wenn du dich in irgendeiner Form schon mit Journaling auseinandergesetzt hast, dann sind dir die Morgenseiten vielleicht schon mal begegnet als Begriff. Und die Morgenseiten sind eine Art des intuitiven oder man könnte auch sagen meditativen Schreibens. Und der Sinn ist einfach, dass du deinen Bewusstseins, deinen Gedankenstrom, der jetzt gerade da ist, dass du den aufs Papier bringst. Und auch wenn Menschen wahrscheinlich schon sehr viel länger morgens schreiben, morgens ihre Gedanken zu Papier bringen, so war es dann doch Julia Cameron, eine Autorin, die in ihrem Buch Der Weg des Künstlers die Morgenseiten das erste Mal in dieser konkreten Form benannt und beschrieben hat. Und das ist ein Buch, was in der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualitäts- und Kreativitätsszene inzwischen ein absoluter Klassiker ist. Und es geht in diesem Buch eben darum, sich seiner eigenen Kreativität wieder zu öffnen und nicht nur Kreativität im künstlerischen Sinne, sondern Kreativität wirklich im weitesten Sinne. Und das Buch kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, wenn das für dich ein Thema ist, Kreativität fördern und so weiter. Und werde das natürlich auch in den Show Notes verlinken. Das ist aber grundsätzlich nur eine Randinformation. Du brauchst das Buch nicht, um Morgenseiten schreiben zu können. Und der Sinn von Morgenseiten ist, ja man könnte sagen, deinen Geist zu reinigen. Und wenn du eben schon morgens dafür sorgst, einen klaren Geist zu haben, kann dich das im Laufe des Tages darin unterstützen, mehr Klarheit zu haben, mehr Fokus zu haben, produktiver zu sein, kreativer zu sein und dir weniger Sorgen zu machen, weniger Negativität in deinem Gedanken zu haben. Also da gibt es auf jeden Fall eine Menge Vorteile, die dafür sprechen, schon morgens mit dem Journaling zu starten. Und es kann sein, dass auf den Morgenseiten erstmal richtig viel Unsinn sozusagen rauskommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, je länger man das grundsätzlich macht, also über mehrere Wochen oder Monate. Und auch je mehr man sich auf den Prozess einlässt, desto mehr kommt man eben auch dahin, dass man erkennt, was für Muster bewegen sich eigentlich in meinem Kopf. Welche Gedanken tauchen immer und immer wieder auf? Was schreibe ich wirklich jeden Tag oder jede Woche auf? Und auch vielleicht Dinge, die sich im Unterbewusstsein befinden oder Dinge, die wir nicht sehen möchten, ja, wo wir eigentlich tief in uns wissen, dass sie da sind, wo uns das Aufschreiben, vor allem das regelmäßige Aufschreiben, aber hilft, sie auch ins Licht zu bringen, ja, sie sichtbar zu machen. Und Julia Cameron, die Autorin des Buches Der Weg des Künstlers, sagt eben auch, dass die Morgenseiten eine Begegnung mit deinem eigenen Schatten sein können, die du dann aber eben einfach zu einem Kaffee einlädst. Das heißt, eine vielleicht eher spielerische und auch, ja, ungezwungene Art und Weise, den eigenen Schatten zu begegnen. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass die sich in den Morgenseiten auch zeigen, die eigenen Schattenseiten. Grundsätzlich hat Julia Cameron dieses Tool eben in ihrem Buch beschrieben als ein Tool, was die Kreativität entfacht. Und das kann ich ein Stück weit auch bestätigen. Einfach, weil Kreativität braucht Raum und eben auch Raum in deinem Kopf, Raum in deinem Geist. Und wenn dieser Raum komplett vollgestopft ist mit irgendwelchen Gedanken, dann hat die Kreativität es einfach schwer, sich in dir zu entfalten. Und wie gesagt, Kreativität muss nicht künstlerisch sein. Das heißt, es geht nicht darum, also kann natürlich, aber muss nicht, Ideen für Bilder zu haben oder für Gedichte oder sowas, sondern Kreativität ist zum Beispiel auch für jede Art von Lösungsfindung von Vorteil oder wie du dein Leben gestalten möchtest. Das heißt, Kreativität wirklich im weitesten Sinne. Und auf dem Weg, die Kreativität zu entfalten, wirst du mit Sicherheit eben auch an die ein oder andere Blockade drankommen. Und die Morgenseiten können eben helfen, auch Blockaden aufzulösen. Sowas ganz Klassisches wie eine Schreibblockade tatsächlich. Oder aber eben auch, ja, wie gesagt, Gedankenmuster, die du immer und immer wiederholst, die dich dann im Endeffekt von den Dingen abhalten, die du eigentlich umsetzen möchtest, die du verwirklichen möchtest in deinem Leben. Und einer der für mich entscheidendsten Aspekte der Morgenseiten ist eben schon am Morgen, wie gesagt, diese Geistesreinigung zu betreiben und alle negativen Gedanken, alle Sorgen, die dich irgendwie umtreiben, vielleicht auch Dinge, die du aus deinen Träumen mitgenommen hast, ja, also auch wenn Traumtagebuch nochmal ein anderes Thema ist. Aber grundsätzlich, ja, wenn ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe jahrelang versucht, mir das anzutrainieren, morgens mit guter Laune aufzuwachen. Ich wache aber einfach nicht gerne auf. Manchmal möchte ich gerne noch in meinen Träumen drinne bleiben. Manchmal denke ich mir, öh, scheiß Wetter. Ja, ich bin einfach morgens, bin kein Morgenmensch, so. Ich bin einfach irgendwie grumpy morgens. Ich habe alles Mögliche probiert, aber im Moment sage ich einfach, so ist es halt. Und wenn ich mir diese Grumpiness, da gibt es inzwischen auch noch andere Tools, aber die Morgenseiten sind eben ein Tool, um morgens diese Grumpiness oder diese negativen Gedanken, die vielleicht da sind, die Sorgen, die vielleicht über den Tag da sind, schon mal aufs Papier zu bringen und ihnen damit ein Stück weit die Kraft zu nehmen. Und das ist für mich auf jeden Fall einer der unmittelbarsten Effekte von den Morgenseiten. Und wie geht das jetzt, Morgenseiten? Also wie der Name schon sagt, ist angedacht, die Morgenseiten wirklich als allererstes am Morgen zu schreiben. Sei es, wenn du beim Frühstück sitzt oder sei es, dass du tatsächlich dein Journal schon auf den Nachttisch legst und in dem Moment, wo du aufwachst, dich hinsetzt und schreibst. Du musst einfach schauen, was für dich in deinen Tagesablauf reinpasst. Und das Original sozusagen, also die Art, wie Julia Cameron die Morgenseiten beschreibt, sind, dass du drei DIN A4-Seiten vollschreibst. Und man sagt, dass es so ungefähr 30 Minuten in Anspruch nimmt. Das heißt, das ist schon ein Commitment auf jeden Fall. Aber du weißt ja, ich bin grundsätzlich jemand, ja, kenn die Regeln, aber pass sie an dich an. Ja, schau, was in dein Leben reinpasst. Wenn du jeden Morgen eine DIN A4-Seite schreibst und dafür nur fünf Minuten brauchst, ja, dann ist das so. Ich glaube halt, dass wenn du diese drei Seiten schreibst, dann fällt es einfach leichter, auch an die tieferen Schichten dran zu kommen. Insofern macht das schon in gewisser Art und Weise Sinn. Und diese Zeitvorgabe, das ist nur eine ungefähre Einschätzung. Aber wie ich es eben handhabe, ist, dass ich mir entweder einen Zeitrahmen setze. Das heißt, ich gebe mir fünf Minuten oder zehn Minuten auf den Wecker und die schreibe ich dann wirklich auch ohne Pause. Oder eben auch eine Seitenvorgabe, so wie Julia Cameron es macht. Und es muss dann eben nicht drei Seiten sein, sondern es kann auch weniger oder auch mehr sein. Was wichtig ist bei den Morgenseiten ist, dass du diese Zeit, die du dir setzt, beziehungsweise das Limit an Seiten, was du dir setzt, dass du das komplett unentwegt durchschreibst. Ja, das heißt nicht zwischendurch Stift absetzen und nachdenken, sondern es geht um, wie man im Englischen sagt, Stream of Consciousness, ja, deinen Gedankenstrom, deinen Bewusstseinsstrom. Den, ohne ihn zu werten und ohne ihn zu analysieren, einfach aufzuschreiben. Und wenn in deinem Kopf gerade nichts anderes drin ist, als ich muss gleich noch Zahnpasta kaufen auf dem Weg ins Büro und dann steht das Meeting an, ja, wenn es nur solche Dinge sind, dann schreib diese Dinge auf. Sei einfach schonungslos ehrlich und schreib das auf, was gerade in deinem Kopf passiert. Und Julia Cameron sagt eben auch, du hörst ja häufig in geführten Meditationen, wenn während der Meditation Gedanken auftauchen, dann stell dir vor, sie seien Wolken und sie würden einfach an dir vorbeiziehen. Und genau diese Wolkengedanken, ja, alles das, was so unwillkürlich in deinem Kopf auftaucht, alle diese Sachen schreib auf. Und deshalb macht es eben auch theoretisch Sinn, wirklich diese drei Seiten zu schreiben. Und wenn erst mal der ganze oberflächliche Bullshit raus ist, ja, dann hast du eben auch die Möglichkeit, an die tieferen Schichten deines Bewusstseins dranzukommen und dann eben auch Dinge zu Papier zu bringen, die wirklich auch zu Erkenntnissen führen können. Aber wie gesagt, die Hauptintention von den Morgenseiten ist eben einfach sozusagen den Geist zu reinigen, damit eben all die positiven Effekte eintreten können, die ich eben aufgezählt habe. In meinen Augen gibt es grundsätzlich beim Journaling, das sage ich immer wieder, aber eben auch konkret bei den Morgenseiten kein richtig und kein falsch, ja, das heißt, es geht weder darum, schöne Sätze zu formulieren, noch müssen es ganze Sätze sein, die grammatikalisch korrekt sind. Es muss nicht rechtschreibmäßig passen, ja, es muss nicht schön geschrieben sein. Wichtig ist, dass es mit der Hand geschrieben ist. Das gilt für alle Journaling-Übungen, die ich mit dir teile in dieser Serie im Mai, denn das hat einfach eine ganz andere Qualität. Und falls du die noch nicht gehört hast, kannst du auch nochmal in eine alte Journaling-Episode reinhören. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Da erklär ich so ein bisschen, woran das liegt, dass es so hilfreich ist und so viel wirksamer, wenn du es mit der Hand schreibst, als wenn du es in den Computer eintippst. Und auch inhaltlich, das nochmal, ich habe gerade gesagt, schreib einfach alles auf. Es gibt kein richtig und kein falsch inhaltlich, ja, du schreibst hier kein Buch, sondern es geht wirklich darum, deinen Kopf leer zu machen. Und für alle Journaling-Arten gilt, bitte werte dich nicht, sondern lass einfach das raus, was kommen will, aber kritisiere dich nicht dafür und urteile eben auch nicht, sind das jetzt gute oder sind das jetzt schlechte Gedanken, die ich da aufs Papier gebracht habe. Und es gibt auch Menschen, die die Morgenseiten, die sie geschrieben haben, nie wieder lesen. Die die in den Papierkorb schmeißen, die die verbrennen, die sie irgendwo in eine Kiste packen und nie wieder angucken. Das steht natürlich dir offen, ob du dir die Sachen nochmal durchliest oder nicht. Und wenn du sie nochmal durchliest, dann kann ich dich eben nur dazu einladen, mit einer Haltung daran zu gehen, die von Neugier geprägt ist. Ich habe in einer Episode, ich glaube, das war die Episode zum Thema Neugier, die werde ich auch mal in den Show Notes verlinken, geteilt eine Herangehensweise von Elizabeth Gilbert, der auch eine Schriftstellerin, die immer, wenn ihr etwas im Leben wieder fährt, was unangenehm ist, sie immer daran geht und sagt, interesting, also interessant, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und eben nicht, wie gesagt, zu werten, zu urteilen, sondern wirklich eher mit Neugier an deine eigenen Notizen in den Morgenseiten rangehen. Ja, das waren jetzt sehr ausführlich die Morgenseiten. Es gibt natürlich, wenn es Morgenseiten gibt, auch, ne, Abendseiten. Und die Abendseiten kannst du, die sind jetzt nicht offiziell von Julia Cameron so beschrieben worden, aber ich nutze sie manchmal, gerade wenn ich sehr volle Tage gehabt habe oder wenn es irgendwas gab am Tag, was mich sehr aufgewühlt hat, dann arbeite ich im Prinzip nach der gleichen Struktur oder der gleichen Art wie bei den Morgenseiten, nur halt eben am Abend. Und die Intention dahinter ist ein bisschen anders. Dann geht es mir nämlich eher darum, den Tag bewusst zu verarbeiten, abzuschließen, loszulassen, mir vielleicht nochmal klar zu werden, warum habe ich vielleicht in Situationen XY so und so reagiert und da vielleicht auch noch ein Erkenntnis draus zu gewinnen. Aber grundsätzlich einfach, um all die Gedanken, die wir sonst mit in den Schlaf nehmen, die loszulassen, bevor wir dann den Kopf aufs Kissen legen. Und das kann einfach unglaublich hilfreich sein, wenn du jemand bist, der mit einem Schlaf ein Problem hat, wenn du häufig, ja, struggelst, dass ganz viele Gedanken und Sorgen dich umtreiben und du deshalb eben nicht wirklich in den Schlaf findest. Da können die Abendseiten eine große, große Hilfe sein. Und wenn das ein Thema für dich ist, dann lege ich dir wirklich, wirklich ans Herz, das mal auszuprobieren. Und es müssen ja auch keine drei DIN-A4-Seiten sein. Aber mal schauen, vielleicht hast du ja dann auch am Abend mehr Zeit und Muße zu schreiben als vielleicht am Morgen. Eine andere Art und Weise, frei zu schreiben im Journaling ist das Braindumping. Und ich liebe das Braindumping, nicht nur vom Wort her, weil es halt einfach heißt so, ne, schmeiß das raus, was in deinem Gehirn drin ist, sondern eben auch von seiner Wirkweise. Und das Braindumping ist für mich eine absolute Notfalltechnik. Das heißt, das ist jetzt nicht was, was ich nutze in einer regelmäßigen Art und Weise, um Klarheit zu gewinnen, um mich besser kennenzulernen oder so, ja. Sondern das Braindumping ist einfach nur, wenn der Kopf zu voll ist, mach den Kopf leer. Und da gibt es auch wirklich überhaupt keine Regeln, sondern die einzige Regel ist, schreib alles raus, was in deinem Kopf ist. Das ist dann wiederum ähnlich wie bei den Morgenseiten. Aber schreib einfach so lange all das, was in deinem Kopf ist. Es können auch irgendwelche Listen sein, ja. Wenn du das Gefühl hast, okay, es gibt irgendwie 15 Dinge, die muss ich behalten, die darf ich nicht vergessen und die muss ich noch erledigen, dann ist dein Braindumping vielleicht einfach eine Liste. Oder es kann auch sein, dass du dich gerade total über irgendwas aufregst und dann ist das dein Braindumping, ja. Damit du wieder eben einen freien Geist hast, damit du das Gedankenkarussell, was sich vielleicht unentwegt in deinem Kopf dreht, stoppen kannst. Und für mich ist es auch eine super wirksame Technik, um Überforderung aufzulösen. Das heißt, wenn du so Momente hast, wo du vom Leben völlig überfordert bist, weil einfach zu viele Dinge gleichzeitig passieren oder zu viel in deinem Kopf los ist und du nicht weißt, wo du als erstes anpacken sollst, dann schreib einfach alles raus. Mach einen Braindump und erstens wird es dir nach dem Braindump besser gehen, weil dein Gehirn erstmal die Message bekommt, okay, es ist jetzt aufgeschrieben, das heißt, ich muss nicht mehr alles alleine im Kopf behalten. Dann kann das Gehirn erstmal durchatmen. Und dann hast du auch wieder Energie, auf deine Notizen, auf deinen Braindump drauf zu gucken und zu sagen, okay, was macht jetzt wirklich Sinn? Was ist zeitsensitiv? Was muss ich als erstes angehen? Was ist eigentlich vielleicht total unwichtig? Nur mein Kopf hat es für total wichtig gehalten. Das heißt, das Braindumping ist eine super Möglichkeit, um Abstand zu deinen Gedanken zu bekommen und Space im Gehirn zu schaffen und mit diesem neuen Raum im Gehirn dann auch wieder klarer denken zu können. Und dabei, wie gesagt, handele ich immer so, dass ich so lange schreibe, bis ich das Gefühl habe, es ist nichts mehr da, was ich aufschreiben muss oder bis auch so ein gewisses Gefühl der Erleichterung sich einstellt. Bis man wirklich so das Gefühl hat, das Gehirn kann entspannt ausatmen. Und ja, wie gesagt, hilft super gegen Überforderung und gegen das Gedankenkarussell. Und eine ähnliche Methode, die sich aber eher auf emotionale Situationen bezieht, die nenne ich immer liebevoll, aus Kotzen auf dem Papier. Und diese Technik ist dafür gedacht, ähnlich wie beim Braindump eben einfach mal alles loszuwerden und das eben besonders in Situationen, wo du sehr aufgewühlt bist, wo du aufgebracht bist, wo du vielleicht sehr traurig bist, wo du sehr wütend bist, wo einfach intensive Emotionen hochkommen. Du kannst es natürlich auch machen, wenn Freude da ist. Nur meistens ist der Bedarf größer, wenn eher unangenehme Emotionen da sind, die dann auch wirklich rauszulassen. Und da hilft es einfach total, dass das Papier oder eben das Journal ein wertfreier Zuhörer ist. Das heißt, du kannst alle Emotionen und auch alle Gedanken, die mit diesen Emotionen vielleicht verknüpft sind, aufs Papier bringen, ohne dass dich irgendwer dafür verurteilt. Denn das Papier antwortet ja nicht. Das heißt, es können vielleicht Emotionen sein, die dir selber unheimlich sind. Das können vielleicht Gedanken sein, die dir selber unheimlich sind. Das können vielleicht auch Gedanken sein, für die du dich normalerweise bewertest oder Emotionen, für die du dich bewertest. Und vielleicht eben Dinge, die du einfach nicht mit anderen Menschen teilen möchtest, weil du noch nicht bereit dazu bist. Oder aber es ist vielleicht auch einfach gerade niemand greifbar, mit dem du diese Gedanken und Emotionen teilen könntest. Und der Sinn des Ganzen ist einerseits emotionale Energie, weil Emotionen sind nichts anderes als Energie, die in Bewegung zu bringen, um sie dann auch loslassen zu können. Denn die Alternative ist, sie runterzuschlucken oder sie versuchen zu verdrängen oder was auch immer. Also sie in irgendeiner Form loswerden zu wollen, ohne ihnen den entsprechenden Raum zu geben. Und das wird nicht lange funktionieren. Also was heißt, es wird nicht lange funktionieren? Es gibt Menschen, für die funktioniert das über Jahre oder Jahrzehnte, ihre Gefühle niemals zuzulassen, sondern immer unterzuschlucken. Aber das sind dann Menschen, die entweder dann irgendwann den Zusammenbruch, den Ausbruch wie ein Vulkan haben oder aber Menschen, bei denen sich diese Dinge dann in irgendeiner Form im Körper manifestieren, in Form von Verspannungen, in Form von irgendwelchen chronischen Erkrankungen. Das heißt, es ist immer ratsam, emotionale Energie zuzulassen, zu bewegen und loszulassen. Und da kann das Schreiben einfach eine hilfreiche Unterstützung sein. Und schlussendlich kannst du natürlich, wenn du deine Emotionen, das, was dich bewegt, beziehungsweise wie du es vielleicht fühlst, wie es sich in deinem Körper anfühlt, wenn du aufschreibst, was du dazu denkst, dann kannst du natürlich, wenn der ganze Spuk vorbei ist, auf deine Notizen drauf gucken und hast eine Möglichkeit, nicht nur ein Bewusstsein für deine eigenen Emotionen, für die Gedanken, die mit diesen Emotionen verknüpft sind, zu bekommen, sondern eben auch eine Klarheit zu bekommen über das, was diese Emotionen dir eigentlich sagen wollen, wofür sie aufgetaucht sind. Denn in meinem Verständnis hat jede Emotion, die irgendwo in dir auftaucht, ganz egal, welcher Natur sie ist, hat eine Botschaft für dich. Und diese Botschaft zu entschlüsseln, das kann manchmal eine Herausforderung sein und deshalb finde ich das Schreiben eine so hilfreiche Unterstützung, weil du durch das Schreiben nochmal an eine andere Ebene der Gedanken oder des Bewusstseins drankommst, als es der Fall ist, wenn du das nur versuchst, in deinem Kopf irgendwie zu lösen. Und ich werde nächste Woche, glaube ich, in der Episode nächste Woche, ja, ich glaube, es ist für nächste Woche geplant, auch nochmal darüber sprechen, dass es auch noch die Möglichkeit gibt, konkret mit Emotionen zu kommunizieren. Aber das werde jetzt hier gerade zu weit führen. Aber da geht es dann auf jeden Fall nochmal drum. Was mir ganz, ganz wichtig ist, wenn es darum geht, Emotionen auf dem Papier zuzulassen, zu verarbeiten, dass das nicht heißt, dass du die Emotionen nicht fühlen sollst. Sondern für mich sieht das eher so aus, also so wie ich es persönlich praktiziere, wenn eine Emotion auftaucht, wenn ich mich zum Beispiel über irgendwas aufrege, wenn ich wütend werde oder so, dann verfolge ich erst einen Prozess, der komplett auf den Körper fokussiert ist. Und ich werde dir eine entsprechende Podcast-Episode dazu auch verlinken, da habe ich den ganzen Prozess erklärt. Aber es geht, in der Essenz geht es darum, erstens zu lokalisieren, wo in deinem Körper sitzt das Gefühl und dann zu beschreiben, wie dieses Gefühl sich anfühlt. Und wie du es auch visualisieren würdest, wenn es ein Gegenstand wäre. Und das ist einfach dazu gedacht, dass du im Fühlen bleibst, dass du zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu sehr in Gedanken gehst. Denn rein wissenschaftlich ist es so, dass wenn ein Gefühl auftaucht und du wirklich nur beim Fühlen bleibst, bei der Emotion, der körperlichen Empfindung, dann dauert ein Gefühl nicht länger als 90 bis 120 Sekunden, bis es durch dich durchgelaufen ist. Nur die meisten Menschen machen es eben so, dass sie mit Gedanken neue Gefühle on top wieder auslösen. Das wird dann so ein Kreislauf. Ich nenne das Gefühlsrecycling. Der Begriff ist, glaube ich, von Christine Hessler. Und das heißt, du bist wütend über zum Beispiel irgendwas, was irgendeine Person gemacht hat. Und wenn du dann nicht bei der reinen körperlichen Empfindung der Wut bleibst und einen Kanal dafür findest, sondern wenn du stattdessen darüber nachdenkst, was die Person getan hat und warum dich das so aufregt, dann regst du dich noch mehr auf. Und wenn du dich noch mehr aufregst, dann wirst du noch nach anderen Dingen suchen, die die Person in der Vergangenheit schon gemacht hat. Und dann regst du dich noch mehr auf. Und so steigert sich das immer und immer weiter. Und je weiter du das Spiel treibst, desto schwieriger wird es, dann aus dieser Schleife wieder rauszukommen. Und deshalb, ja, der erste Teil ist, bleib bei den körperlichen Empfindungen. Und dann, wenn du das Gefühl hast, so okay, die krasseste Welle ist jetzt vorbei, dann kannst du dein Journal und deinen Stift zur Hand nehmen und all das aufschreiben, was dich bewegt. Und da dürfen dann auch gerne die Gedanken mit rein, weil die Gedanken, die mit diesem Gefühl verknüpft sind, dich natürlich darin unterstützen können, die Botschaft des Gefühls zu entschlüsseln. Dann merkst du vielleicht, hey, eigentlich bin ich gar nicht wütend auf die Person, sondern eigentlich bin ich traurig, weil das Verhalten das und das zeigt oder so. Und dass du dadurch eben die Emotionen, die auftauchen, besser verstehen kannst. Und für mich ist es auch so, wenn ich nach der ersten initialen Gefühlswelle anfange, all das rund um das Gefühl aufzuschreiben, mich, wie gesagt, auf dem Papier auszukotzen, dann hilft mir das auch eben nicht, in so krasse Gedankenschleifen reinzugehen. Weil in dem Moment, wo ich den Gedanken aufschreibe, zum Beispiel, jetzt den Gedanken, ich bin wütend auf Person XY, dann hinterfrage ich das ganz automatisch, weil ich habe es ja schwarz auf weiß da stehen. In dem Moment, wo ich das aber nicht aufschreibe, sondern nur in meinem Kopf belasse, ist die Wahrscheinlichkeit, in so eine Spirale reinzufallen, meiner Erfahrung nach, viel, viel größer. Das heißt, das Schreiben kann auch so ein Stück weit ein mentaler Stopp sozusagen sein. Und wenn du dann beim Schreiben bist, dann wirklich auch so lange all das rund um dieses Gefühl, was da gerade aufgetaucht ist, aufzuschreiben, bis du das Gefühl hast, okay, es ist jetzt eine, es ist alles gesagt sozusagen, es ist alles aufgeschrieben, solange bis eben nichts mehr kommt, ähnlich wie beim Braindump. Und auch bis vielleicht so ein Gefühl der Erleichterung entsteht oder bis du eben das Gefühl hast, okay, jetzt kann ich das Gefühl wirklich loslassen. und die Analyse von warum das alles aufgetaucht ist, was mir das sagen möchte und so weiter und so fort, das versuche ich, ich habe gerade gesagt, ich mache das schon ganz automatisch, wenn ich einen so einen Satz geschrieben habe, aber die ausführliche Analyse, was ist die Botschaft des Gefühls, was möchte ich daraus für Konsequenzen ziehen, das mache ich erst, wenn ich mit dem Schreiben fertig bin. Das heißt, wenn wirklich, wenn ich mich fertig ausgekotzt habe, dann schaue ich mir an, was ich da aufs Papier gekotzt habe und was ich damit machen möchte oder was mir das auch sagen möchte. Ja, und das ist so meine Art und Weise, das, ja, Emotionen aufs Papier zu bringen und Emotionen mit dem freien Schreiben frei rauszuschreiben. Es gibt eine ähnliche Technik, die tatsächlich auch im therapeutischen Kontext genutzt wird und die, die am besten erforschte Schreibenmethode überhaupt ist. Also gibt es weit über 100 Studien zu. Ich persönlich habe noch nicht damit gearbeitet, aber es nennt sich expressives Schreiben nach James Pennebaker. Und Pennebaker ist ein amerikanischer Psychologie-Professor, der eben in den 80er Jahren diese Methode entwickelt hat und dann selber sehr viel Studien dazu gemacht hat. Aber es haben dann auch eben andere Leute Studien dazu gemacht. Und man hat eben rausgefunden, dass mit dieser Methode des expressiven Schreibens tatsächlich die Menschen nach der Zeitspanne, wo sie das machen, weil das ist tatsächlich wie so eine Mini-Kur sozusagen, eine Schreibkur, nach dieser in Anführungsstrichen Kur die Menschen seltener zum Arzt gehen, dass die Immunfunktion sich verbessert, dass der Blutdruck sich reguliert, also auf körperlicher Ebene passiert ganz, ganz viel und auf mentaler, geistiger, psychischer Ebene hat man eben auch festgestellt, dass die Leute, man das an Studenten getestet, die haben dann bessere Ergebnisse im Studium erzielt, Menschen konnten sich besser fokussieren, es hilft Depressionspatienten sehr und also da gibt es ganz, ganz viele wirklich erstaunliche Ergebnisse und vor allen Dingen erstaunlich, weil dieses expressive Schreiben soll angeblich in drei bis fünf Tagen 20 Minuten Schreiben schon helfen, einen Effekt zu erzielen und ja, eigentlich, also ich kann auf jeden Fall daran glauben, weil ich glaube, jedes einzelne Mal, wo man sich schriftlich mit sich selbst auseinandersetzt, passiert etwas, aber dass diese krassen, auch körperlichen Ergebnisse nach drei bis fünf Tagen auftauchen, finde ich auf jeden Fall crazy. Also wie gesagt, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber die Idee dabei ist eben, mit diesem Schreiben emotional belastende Erlebnisse oder sogar Traumata zu bearbeiten und langfristig die eigene Resilienz, also die eigene psychische Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Und dabei journalt man eben, wie gesagt, drei bis fünf Tage, jeweils nur 20 Minuten, manche sagen auch 30 Minuten und beschreibt sowohl die äußeren Umstände dieser emotional belastenden Erlebnisse als eben auch das eigene innere Erleben. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Kombination aus Journaling von, ich beschreibe, was der Tag so gebracht hat oder was in dem Fall das Erlebnis mit sich gebracht hat und wie sich das für mich angefühlt hat. Und ja, also kann man auch mal ausprobieren. Ich habe es irgendwie noch nie ausprobiert, weil es mir irgendwie zu, ja, ich weiß gar nicht warum, wieso habe ich es eigentlich noch nicht ausprobiert. Naja, ich mache halt eigentlich gerne freie Schnauze. Wahrscheinlich habe ich es desto halt noch nicht ausprobiert. Aber das ist was, ich hatte schon vor längerer Zeit davon gelesen und das erinnert mich so ein bisschen eben an die Form des emotionalen Auskotzens, emotionalen Schreibens, die ich gerade erklärt habe. Deshalb wollte ich das hier noch mit erwähnen. Und zum Schluss gibt es noch eine letzte Form des freien Schreibens und das ist das automatische Schreiben. Und das ist nochmal wieder ein bisschen eine andere Nuance und diese Form des Schreibens ist noch mehr eine Meditation vielleicht als die Morgenseiten oder die Abendseiten. Und diese Form des Schreibens habe ich tatsächlich erst letztes Jahr kennengelernt in dem Online-Kurs, den ich mit der Maria-Christina-Gabriel gemacht habe. Mit der gibt es auch ein Interview im Podcast, das verlinke ich dir auch gerne mal in den Shownotes. Und die Christina nutzt das automatische Schreiben zum Channeling. Also um quasi Nachrichten aus dem Universum, Gott, von der Quelle oder wie auch immer du es nennen möchtest, durch das eigene Gehirn zu empfangen oder den eigenen Körper zu empfangen und diese dann aufs Papier zu bringen. Man könnte aber auch einfach sagen, es ist eine Methode, um deine Inspiration anzuregen, um die Kreativität zu fördern und einfach Dinge aus deinem Unterbewusstsein hervorzuholen zu dir selbst, zu einem bestimmten Umstand, einer bestimmten Situation. Oder du kannst es eben auch Channeling aus dem Universum nennen. Ganz egal, woran du glaubst, wo es vielleicht herkommt. Und der Ablauf beim automatischen Schreiben ist eben so, und das, was ich sehr mag daran ist, dass es noch ein bisschen umfassender beschreibt, in welchem Setting du das machen solltest. Das heißt, das automatische Schreiben in dieser Form ist jetzt nichts, was du als regelmäßige Morgenroutine machst. Man kann es natürlich ausprobieren, aber es ist jetzt auf jeden Fall nichts, was man in irgendeiner Form unter Zeitdruck machen sollte, sondern eher etwas, wo man sich wirklich einen schönen Rahmen schafft, wo man wirklich auch den Space um sich herum, sei es jetzt eine Kerze auf den Tisch oder ein paar Blumen oder ein Räucherstäbchen oder ein Duftöl oder was auch immer du da bevorzugst, wirklich um dich aufzubauen, wirklich einen schönen Space zu haben, dir vielleicht Musik anzumachen, wobei ich ehrlich gesagt Musik ohne Sprache nehmen würde, also wenn dann nur so leise Entspannungsmusik oder so, damit die Musik nicht in dein Channeling sozusagen reinfuscht und wo du auch gerne vorab so ein bisschen deine Sinne stimulieren kannst. Ich habe gerade schon so ein paar Beispiele genannt von Dingen wie zum Beispiel ein Duftöl oder sowas, was deine Sinne stimulieren kann, um wirklich auch im Körper anzukommen, ganz bei dir anzukommen und du kannst eben auch vorher eine kleine Meditation machen, das kann einfach ein paar Mal tief ein- und ausatmend sein, dich auf deinen Körper fokussieren, vielleicht auf deine Füße, die fest auf dem Boden stehen und ja, auch eine Intention setzen, ja, zu sagen, hey, ich bin ein offener Kanal für die Inspiration, die zu mir kommen möchte, für die Information, die zu mir kommen möchte, da darfst du gerne kreativ werden, denn wenn du dir eine gewisse Intention setzt, dann schickst du damit sozusagen die Message an dein Unterbewusstsein eben auch, mit welcher Absicht du dich zum Schreiben hinsetzt, ja, dass das hier jetzt gerade nicht zum Beispiel Emotionales auskotzen wird, sondern dass es jetzt gerade mehr darum geht, kreativ zu sein. Und dann kannst du mit einem Satzanfang arbeiten, zum Beispiel ich bin und dann, nachdem ich bin, wenn jetzt nicht sofort ganz automatisch, das heißt automatisches Schreiben, ja, automatisch irgendein Wort oder auch mehrere Wörter auf diesen Satzanfang folgen, dann kannst du einfach Kringel malen und dann kannst du ganz meditativ, ohne den Stift abzusetzen, Zeile um Zeile einfach Kringel malen und dann kannst du einfach mal beobachten, ob irgendwann sich aus den Kringeln Worte formen. Ja, das dann wirklich, also mit den Kringeln hältst du sozusagen deinen Geist beschäftigt und es hat auch wirklich was Meditatives, so Kringel zu malen und du gibst so ein bisschen deinem Unterbewusstsein die Möglichkeit, die Tür zu öffnen oder du kannst von mir aus auch sagen, eben, dein Kronenchakra zu öffnen und dann entsprechend die Nachrichten von oben, vom Universum zu empfangen, wie auch immer du es für dich formulieren möchtest und dann kannst du einfach so lange Kringeln und weiter automatische Worte aufschreiben, bis du das Gefühl hast, du bist fertig oder auch hierfür kannst du, wenn du magst, dir vorhin Zeitrahmen setzen, ja, das heißt, dir irgendwie einen Wecker auf 5 Minuten oder 10 Minuten stellen, wie lange auch immer du möchtest und natürlich ist dieses Ich bin nicht der einzige Anfang, mit dem du arbeiten kannst, sondern du kannst jeden beliebigen Satzanfang nutzen. Also ich habe einfach nochmal zwei Beispiele für dich, wenn du vielleicht ein Projekt starten möchtest oder so und dann schreibst du einfach auf mein Projekt XY, wie immer dein Projekt heißt, ist und dann fängst du an Kringel zu machen und dann wartest du mal, was dein Unterbewusstsein dir dazu zu sagen hat oder das Universum dir dazu zu sagen hat oder du könntest sagen, wenn du zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen hast, ob du ein neues Jobangebot annehmen möchtest, dann schreibst du einfach auf dieser neue Job ist und dann fängst du an und schaust mal, womit du überrascht wirst. Und wie gesagt, es geht nicht darum, nachzudenken, sondern es geht einfach darum, dich meditativ mit den Kringeln zu beschäftigen, so lange, bis sich automatisch Wörter formen. Und wenn du fünf Minuten lang Kringel gemalt hast, also dafür würde ich vielleicht nicht dein allerschönstes Journal benutzen, sondern einfach irgendein Papier, aber wenn du fünf Minuten lang gekringelt hast und in den fünf Minuten ist vielleicht nur ein einziges Wort durchgekommen, dann ist das so. Dann ist vielleicht das gerade genau das eine Wort, was du lesen solltest, was du formulieren solltest. Und vertraue da einfach, dass Dinge kommen werden, wenn du dich dafür öffnest. Und das ist wirklich auch was, womit du einfach mal rumspielen kannst. Das ist jetzt weniger eine Methode, wie gesagt, wo es darum geht, innerlich aufzuräumen oder dein Gehirn zu leeren oder dir wahnsinnig klar über irgendwas zu werden, aber es können auf jeden Fall sehr schöne und überraschende Ergebnisse dabei rauskommen. Ja, und das waren sie, die verschiedenen Herangehensweisen an das freie Schreiben und es sind nur die Herangehensweisen, abgesehen vom expressiven Schreiben, die ich selbst getestet habe und die ich selber mehr oder weniger regelmäßig für mich benutze. Und es gibt garantiert noch tausend andere Herangehensweisen da draußen und du kannst einfach die, die ich jetzt heute mit dir geteilt habe, als Inspiration nutzen. Du kannst natürlich auch eins zu eins so umsetzen und du kannst aus dem Ganzen auch deine ganz eigene Methode machen oder einfach sagen, freischreiben heißt für mich, ich nehme mir mein Journal und fange an zu schreiben. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Die Herangehensweisen, die ich heute mit dir geteilt habe, sind, wie gesagt, nur, ich nenne sie mal Türöffner, ja, weil manchmal kann es einfach hilfreich sein, mit einer gewissen Intention, sich ans Schreiben zu setzen, mit einer gewissen Absicht und auch mit einem gewissen Rahmen, sei es jetzt Seitenbeschränkung, Zeitbeschränkung oder eben den, in Anführungsstrichen, Zweck oder Ziel, das man verfolgt, den man verfolgt. Und du kannst alle diese Formen des freien Schreibens sowohl als regelmäßige Routine, sozusagen zur Gedanken- und Gefühlshygiene benutzen, ja, also regelmäßig den Schädel zu leeren oder eben auch Emotionen rauszulassen oder aber auch natürlich als punktuelle Unterstützer. Ja, wie gesagt, genau dann, wenn du das Gefühl hast, das Gedankenkarussell dreht mit dir durch und du bist überfordert oder irgendwas wühlt dich total auf, genau dafür sind diese Tools auch wunderbar geeignet. Und ja, ich hoffe, du hast eine neue Technik für dich entdeckt, ein neues Journaling-Format, was du Lust hast, auszuprobieren und ich wünsche dir dabei auf jeden Fall sehr viel Freude und vor allen Dingen viel Klarheit und viele wertvolle Erkenntnisse. Und wenn du Lust hast, noch beim Beta-Test für die Journaling-Reisen dabei zu sein, noch bis zum 14.05. hast du die Möglichkeit, dich für den Beta-Test zu bewerben und um die Einladung zur Bewerbung zu bekommen, schreib dich einfach auf meine Newsletter-Liste. Ich werde in der kommenden Woche nochmal eine Einladung versenden und dann kurz bevor der Test beginnt nochmal einen letzten Reminder und dann bist du vielleicht noch dabei, bist auf jeden Fall bei der Auslosung dabei und falls du nicht ausgelost werden solltest für den Beta-Test der Journaling-Reisen, dann gibt es wie gesagt auf jeden Fall einen Rabattcode für eine der Journaling-Reisen, wenn sie dann Ende Mai erscheinen. Und nächste Woche gibt es wieder neue Journaling-Formate oder ein großes neues Journaling-Format mit verschiedenen Herangehensweisen. Und bis dahin lege ich dir nochmal die Shownotes ans Herz, wo ein paar Episoden, die ich hier heute erwähnt habe, verlinkt sind, mit denen du weiterarbeiten kannst. Und ja, die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 218. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das 1x1 der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen, wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!